Was ja eigentlich komplett klar war. Ne, das war schon richtig so. Ich bin mir nicht sicher, was das mit den roten Lämpchen auf sich hat. Wir werden es herausfinden, aber momentan bin ich dezent irritiert. Ah shit, vergessen Ferris wieder zu beleben. Das war's scheiße auf die. Ne, eigentlich können wir nicht auf die Scheiße. Bang! Was? Uff, das nervt aber so ein bisschen. Musst du verfehlen. Jetzt verreckt du mir nicht auch noch, dann haben wir echt ein Problem. Gut. Wir gehen die Phönix-Federn aus. Mich ärgert es gerade, dass ich nicht nochmal shoppen gegangen bin. You know what? I am stupid. Warte mal, sehe ich das richtig? Ich muss nochmal zurück. Boah, die Nervensägen, Junge. Swing! Weil ich bin hier auf der Ebene, die ich runtergefallen bin, oder? Das würde bedeuten... Ne, da kann ich nicht hin. Ha! Das wäre ja zu einfach gewesen. Genau, das macht Sinn. Toxic, guten! Gut, dass er verfehlt hat. Leute, trefft doch mal! Was geht? Keiner trifft. Das ist unglaublich. Au! So, du Schüttler. Tschüss! Mann, Mann, Mann. Was war mein verdammter Gedankengang gerade? So. Ja, so. Okay, und jetzt zurück. Weil so kann ich von oben zurückkommen. Hoffentlich. Irgendwie. Ah, nice. So, Items ist erstmal Zelt. Und dann müssen wir gucken, dass wir irgendwie... Entweder geht es da weiter, oder nicht. Ich bin mir gerade sowas von nicht sicher. Das finden wir jetzt heraus. Das weiß ich nämlich auch gerade überhaupt nicht mehr, welchen Gang ich da drüben genommen hatte. Was ist denn das überhaupt für ein Schiff? Wir sind hier im Inneren von Sits Schiff. Was zur Hölle hat er da für eine Scheiße gebaut? Jetzt kommen wir anders raus, okay? Ja, hammergut. Oder so. Nicht wirklich. Swing. Swing. Lecken. Sauber. How about Arschlecke? Zack. Tschüss. Perfekt. So. Jetzt kommen wir wieder da raus. Okay, jetzt nehmen wir mal noch die anderen beiden Gänge und dann wissen wir schon mal Bescheid. Den hatten wir noch nicht. Äh. Ja, okay. Jetzt sind wir weiter vorne. Ah, okay. Das ist gut. Diebeshandschuhe erhalten. Sauber. Denn Vorteil ist, jetzt müssen wir hier natürlich erstmal nichts mehr kaufen. Kaufen wahrscheinlich sind das nämlich die, die auf dem Level sich bewegen. Die Items. Okay, Ferris gleich schon wieder tot. Ey, ich hätte nicht gedacht, dass es hier so anstrengend ist. Seriously. Schon ein bisschen hart. Ich habe ja auch ein IRL-Wortverbot, sehe ich gerade. Danke für nix. Ich muss hier nochmal raus, ne? So kann ich nicht arbeiten. I'm dead fucking serious. Äh, ich muss hier nochmal raus. Ich muss Zeug kaufen gehen, das geht ja mal gar nicht klar. Ja, wenigstens sind wir jetzt hier, okay. So, da waren wir auch noch nicht. Super. Richtig gut. Okay, dann nehmen wir jetzt nochmal den anderen, weil dann kommen wir auf jeden Fall wieder weit nach oben. Und dann gehen wir nochmal raus und dann gehen wir vielleicht nochmal shoppen, wenn ein Sid uns hoffentlich lässt. Sonst müssen wir schon leider der Anus. Ah, das darf ich nicht sagen. Doch, darf ich den Anus verdrechen. Lege die leg. So, der sollte sich echt mal zurückhalten hier, ey. Meine Fresse, das, das wird langwierig hier. Seh schon. Na, rate mal, wer verwirrt ist. Deine Mutter. Geil, dass man hier auch nicht fliehen kann. Finde ich richtig gut. Ja, genau, bash dich selbst. Guter Sinn, dass trotzdem nicht aus der Verwirrtheit rausholt, ne. Endlich. Egal, komm, gib ihn. Hoff. So muss das. Holy smokes. Ich muss erst da lang, um hier wieder rauszukommen und dann müssen wir shoppen gehen. Das macht es wahrscheinlich deutlich einfacher. Cool, dass ich eben aus Versehen direkt den richtigen Weg erwischt habe, ne. Da draußen war auch noch was. Mann, wie viel haben wir noch? Ein Zelt, eine Hütte. Richtig gut. Okay, ich will gar nicht raus, dann. Hoffentlich mache ich jetzt keinen Fehler. Ah, gucken wir mal. Nein. So war das nicht geplant. Ja, so war das geplant. Hau der da die ganze Zeit die Mana-Scheiße raus. Was ist denn hier überhaupt? Ah. Was ist das? Vollmondklingel. Ah, nice. Okay, das war natürlich nicht schlecht. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier wieder rauskommen. Mit möglichst wenig aufwand. Weil ich brauche alles, was man da so kaufen kann. Ich weiß gar nicht, was ich mir dabei gedacht habe, das nicht zu holen. Unglaublich, ne. War das der Weg nach draußen? Ja, ich glaube. Also der kürzeste Weg nach draußen. Puff. Wow. Nice. Jetzt wird er wieder geheilt. Ich kotze im Dreieck. Warum muss der denn aber auch durch Eis geheilt werden? Das finde ich sehr, sehr uncool von ihm. Komm, hau ihn weg. Ist ja wohl mit deinem Ernst. Stirb. Okay. So. Goodie. Wie viele Etagen können wir jetzt eigentlich wieder gehen? Wohl, das war gar nicht so tief. Das kommt mir nur so vor, weil das so verwirrende ist. Aber es gibt keinen anderen Weg mehr. Also können wir jetzt nur noch die eine Stelle nehmen. Das ist richtig cool. Next. Haha. Haha. Ich glaube, da geht's lang. Hang in die Fresse. Nein. Gut, jetzt kommt wenigstens mal ein bisschen Nahkampf-Damage durch, ja. Ist natürlich auch nicht verkehrt. So, sind wir jetzt da. Uff. Unteres Deck. Jawohl. Das ist gar nicht so weit gewesen. Das kam mir nur so vor. Okay, ist das. Mach's gut. Bye. Fuck your ship. Bye. Fuck you. Nein, jetzt können wir hier... Wow. Ist so hell hier, ne? Jetzt können wir erst noch ein bisschen was kaufen. Vor allem. Ohne festgenommen zu werden. Das wäre gut. Also. Die Dreschfläschel. Der kommt auf jeden Fall mit. Und natürlich das Mitrilmesser. Aber auch die Feuerrute und die Blitzrute. So. Höhe, Ausrüstung. Alles klar. Was geht hier so? Da ist eine Kiste. Ich will an die Kiste. Hallo. Ich will also da drüben saue eine. Na gut, da kommen wir wahrscheinlich niemals dran. Mitrilschild. Mitrilhelm habe ich schon. Federhut brauchen wir noch zwei. Mitrilrüstung. Habe ich die nicht schon an? Nein. Okay. Silberhaar nicht. Ist dir besser? Nee. Einer. Seidenrobe. Und Mitrilhandschuhe. Silberreif. Alles klar. So. Dann sind wir da auch besser gerüstet. Yeah. So. Dann gibt es hier bestimmt auch noch Magie, die wir auch haben wollen. Magic. Und definitiv noch mehr Items. Bei einem Phönix. Was sind hier für Film am Laufen? Willkommen. Womit kann ich dienen? Vitra. Engel. Konfus. Nice. Danke. Uh. Teura, Eisra, Blitzra und Gift. Auch gut. Gravitas und Sop. Kann zwar keine einsetzen, aber wir nehmen trotzdem alles mit. Ja, da müssen wir die anderen Klassen mal ein bisschen pushen, ne? Wie viel Geld haben wir jetzt noch? Haha. Ja, da müssen wir die anderen Klassen mal ein bisschen pushen, ne? Ja, da müssen wir die anderen Klassen mal ein bisschen pushen, ne? Ja, da müssen wir die anderen Klassen mal ein bisschen pushen, ne? Ja, da müssen wir die anderen Klassen mal ein bisschen pushen, ne? Ja, da müssen wir die anderen Klassen mal ein bisschen pushen, ne? Ja, da müssen wir die anderen Klassen mal ein bisschen pushen, ne? Ja, da müssen wir die anderen Klassen mal ein bisschen pushen, ne? Untertitelung des ZDF, 2020